Moin! Oh Leute, das ist richtig schön. Weißt du, wenn du in Wien nach 12 Uhr noch Moin sagst, mir wirst du doof angeschaut. Danke, Heimat, danke. Ich habe mich in den letzten Wochen gerade auch ein bisschen für heute so ein bisschen mit meiner Queerness auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, was ist das? Und kam zu diesem Punkt, dass ich das gar nicht mehr akzeptieren muss, sondern ich bin's jetzt einfach. Und dass diese Queerness so ein Teil meiner Identität ist, die ich so lange ausblenden musste. Und jetzt weiß ich, dass ich das bin. Vielleicht geht's euch auch so. Für die, denen es noch nicht so geht, habe ich ein paar Tagebucheinträge von mir mitgebracht, um euch zu zeigen, das kann werden, Freunde. Okay, jetzt seid ihr alle so still und dramatisch. Wir beginnen 2009, da bin ich 16. Da war ich noch einen Meter kleiner. Wegen der Schuhe hauptsächlich. Oktober 2009. Moin, Jan. Wir haben jetzt endlich ein MacBook zum Geburtstag bekommen. Jetzt kann ich die Carrie Bradshaw am Fenster sitzen und Texte schreiben. Geil, On. Max und ich wollen uns nächste Woche die Haare grün färben. Wird nur geil. PS, ich rauche jetzt. Bin gespannt, wann Mama das herausfindet. November 2009. Moin, Jan. Max und ich waren gestern beim The Offspring Konzert in Hamburg. Sein schwuler Bruder fuhr uns hin. Krasser Typ. Sind jetzt voll Punk. An der Wand hing ein Plakat mit Mein Körper soll kein Friedhof sein. Bin jetzt Vegetarier. Man weg bin ich immer noch. Dezember 2009. Hab gar keinen Bock auf Weihnachten. Vor allem nicht, wenn die ganze Familie kommt und wir so tun, als hätten wir uns alle lieb. Freue mich nur auf Weihnachten bei Hoppenstedts. Da ist wirklich alles gut. Mama hat immer noch nichts zu meinem Hahn oder dem Kajal gesagt. Sie beachtet mich überhaupt nicht. Wie Carrie sagen würde, ich komme nicht umher, mich zu fragen. Ist dir alles egal? Ich sage ihr nachher, dass ich ein Piercing haben will. Bei Farmwohl läuft übrigens richtig gut. Hab Julia jetzt überholt. Januar 2010. Hallo, Jan. Frohes Neues. Hatte Silvester sturmfrei und die ganze Gang bei mir. Haben richtig viel Kuruba getrunken. Muss Mom jetzt nur erklären, warum wir weniger Gläser besitzen. Aber egal. Fahren nächste Woche zum Piercer. Klammer auf, Doppelpunkt. Sie hat einfach Ja gesagt. Aber ich muss die 60 Euro selber zahlen. Hab schon bei zwei Nachbarn Rasen gemäht. Bekomme ich locker hin. März 2010. Mama weiß jetzt, dass ich rauche. War ihr auch egal. Also alles wie immer. Dafür wird mir Annika nachher im Park noch ein zweites Piercing stechen. Ich will schon immer Snakebites haben, aber der Piercer ist ja echt teuer. Sie hat das schon oft gemacht. Ich vertraue ihr da total. Zwei Tage später. Meine Fresse ist immer noch angeschwollen. Aber der Arzt sagt, übermorgen soll ich wieder normal aussehen. Juli 2010. Endlich Sommerferien. Max, Lea und ich fahren über das Wochenende nach Sylt. Der Zug ist im Sommerferienticket ja mit drin und dann schlafen wir einfach in Strandkörben oder so. Mom muss mein Zeugnis noch unterschreiben. Bin wieder versetzungsgefährdet. Naja. Dafür habe ich von Malte Hanfsamen bekommen und pflanze sie morgen in den Garten. Doppelpunkt großes P. Einige Wochen später. Hallo Jan. Ich habe einiges zu erzählen. Sylt war der Wahnsinn. Haben nachts im Strand ein paar Einheimische getroffen. Ich hoffe es ist keiner aus Sylt da. Einer hieß Pascal und hatte Gras dabei. Als die anderen einschliefen, haben wir geknutscht und sind in sein Auto gegangen. Aber war das Sex? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nicht so richtig. Er schreibt mir jetzt die ganze Zeit bei ICQ. Aber will ich das überhaupt? Ich bin nicht schwul. Also okay, wenn das andere machen, aber ich sehe mich da jetzt persönlich nicht. Foreshadering. PS. Ich sage jetzt Ahoi zur Begrüßung. Also das Ahoi hat sich nicht durchgesetzt, wie ihr mitbekommen habt. Wir springen jetzt kurz zehn Jahre, weil ich habe mir nur sechs Minuten Zeit. Wir sind jetzt 2018, da bin ich 24. Da wohne ich auch hier. Also nicht, ihr wisst, wie ich meine. Mai 2018. Moin. Ich höre schon den ganzen Tag den neuen ESC-Song von Israel. I'm not your toy. Anyway. Hab mir letzte Woche wieder Griner runtergeladen. Hier in Hamburg geht so einiges. Hab nächste Woche direkt zwei Dates mit Männern, die Satzzeichen korrekt verwenden können. Möchte hier aber keine großen Anforderungen stellen. Hab jetzt übrigens eine Dauerwelle. Zwei Tage später. Moin Jan. War gestern mit einem Dennis Netflix schauen. Er macht irgendwas mit Medien, ist auch vegan und hat ganz schlimme Tattoos. Haben die neue Staffel American Horror Story gesehen und gekuschelt. Nach der dritten Folge hat er mich geküsst und wir trieben es wild auf dem Sofa. Er ist leider gar nicht haarig. Doppelpunkt, Klammer auf. Hab dann noch bei ihm geschlafen und Plotwist. Heute Morgen stand dann plötzlich seinen Freund Kevin im Zimmer. Bin ganz schnell gegangen. Schade eigentlich. PS. Bin jetzt nur noch top. Drei Tage später. Hallo Jan. Ich war jetzt auch mit diesem Simon was trinken. War in einem Dorotheeneck und er ist wahnsinnig langweilig. Er hatte auf alle meine Fragen nur einsilbige Antworten. Ich dachte beim ersten Bier noch, er sei sehr schüchtern. Wollte ihm noch ein zweites Zeit geben, weil er so heiß war. Aber das wurde auch nicht besser. Musste die ganze Kommission alleine bestreiten und dann auch noch den gleichen Weg mit ihm nach Hause gehen. An der Kreuzung fragte er, ob ich noch mit ihm komme. Und nach zwei Stunden investierter Zeit konnte es ja auch nicht schlimmer werden. Aber dann Plotwist. Das scheint ein Wort gewesen zu sein. Plotwist. Hab dann doch noch seine Leidenschaft gefunden. PS. Karen hat mir bei Insta geschrieben. Die beiden haben sich wieder vertragen und ich könnt ihr mal wieder vorbeischauen. Juni 2018. Mama ist krank geworden. Wir telefonieren jetzt jeden Tag. Ich fahre morgen für ein paar Wochen zu ihr. Ich wäre gern mein altes Ich. Nur für einen Tag. August 2018. Hatte gestern spontan Herrenbesuch. Er heißt Robert und verkauft Thermomix-Geräte. Merkwürdiger Typ, aber schöner Penis. Bin jetzt bottom. Das war ein Plotwist. Zwei Wochen später. Moin. Komm gerade vom Britney Spears Konzert. Es war eher wie ein Mashup vom Plattenteller. Und Britney war zufällig auch da und machte irgendwas auf der Bühne. Jedenfalls habe ich für mich als homosexueller Mann jetzt alle Lebenswünsche erfüllt und kann jetzt gut mit einem als Latte überfahren werden. PS. Simon hat mir ein sau teures Fan-T-Shirt gekauft. Ich liebe es. Vielleicht auch ihn. September 2018. Ich habe heute auf dem Weg zur Therapie einen Mann im Rock gesehen. Sah richtig geil aus. Würde ich mich aber nie trauen. Dafür kam meine Frau Klee mit der glorreichen Erkenntnis, ich müsste mich erst selber lieben, bevor ich andere lieben könnte. Ich meinte nur, dass RuPaul mir das schon vor zwei Jahren gesagt hat. PS. Bin jetzt worse. Oktober 2018. Wieso hat der Großteil meiner Probleme mit toxischer Maskulinität zu tun? Ich bin richtig sauer, mich ständig mit dieser bekackten Scheiße rumschlagen zu müssen. Danke für nichts!